Oh, okay. 10.000 Punkte brauch ich mal. Mal wieder. Also es würde auf jeden Fall Sinn machen, da wir das Ganze bis nach unten ausreizen, weil wir halt den Multiplikator kriegen. Okay, mehr als das geht nicht. Also das ist eigentlich nicht so geil hier. Zählt ihr auch? Ja, ihr zählt auch, okay. Das ist ja nicht auf Kette, ne? Oh nein. Oh man, ich krieg das heute nicht hin, einen vernünftigen Trick auf eine Ledge zu machen. So, 3er Multiplikator nicht verkacken. Okay, uns fehlen glaube ich noch ungefähr 1000 Punkte. Okay, nicht schön. Alles nicht schön. Aber gut, wir haben es geschafft. Okay, mehr Aktivitäten bitte. Grind-to-Grind-Gaps. Obere Grind-to-Grind-Gap unterwegs. Ja, okay. Sollten wir hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Ich weiß nicht genau, wie das hier gedacht ist. Ob wir dann wirklich alles in einer Kombo machen. Ich glaub nicht, ne? Okay, da brauchen wir mehr Speed. Mehr Power. Boah. Ne, da ist glaube ich, ich weiß nicht besser. Ich versuch den mal 50-50 zu machen einfach. Ja. Okay, das geht nicht. Da muss ich vorher abspringen. Aber 50-50 ist schon mal ganz gut. Oder auch nicht, wenn man, wenn man das schon auf sich macht. Schön. Schön, schön. Schön. Ih, Kurve rein. Hm. Okay, nächstes. Was haben wir denn da noch? Plaza-Pfad-Perfektion. Grinde die ledge, grinde um das Wasser. 600 Punkte Gap auf die Plaza. Ich glaube, das war das. Ne, das war es nicht. Da war aber auf jeden Fall irgendwas auch mit dem Wasser. Grinde, ledge, grinde um das Wasser. Dann haben wir erstmal die ledge. Hm. Machen wir erstmal die ledge. 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 Wann war das hin? Wollen wir erstmal die Ledge? Okay, da brauchen wir immer Speed. Ich versuche oben drauf zu kommen, aber er möchte nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwie noch mehr Schwung kriegen können. Vielleicht hier ein bisschen durchpumpen. Oh, oh. Ne, wir müssen wirklich bis da vorne hin, das ist natürlich scheiße. Das wäre natürlich noch eine Idee, dass wir erst so spät wie möglich da auf das Ding kommen. Ja, und jetzt noch 600 Punkte. Der war schön, der letzte. Kriegen wir den? Ja. Ah, wundervoll. Schön auch gelandet. Super. Mussten wir doch nicht nochmal neu machen. Das freut mich. Rip'n'Run. Sammle über die erste Treppe 250 Punkte, 500, 800 Punkte. Okay. 200, 500, 800. Was war das denn? Was ist da los mit dem Ding? Oder dürfen wir einfach nicht grinden? Ich glaube, die hat einfach nur verbuggt, die Treppe da oben. Okay, Hälfte haben wir schon. Ja, in Anführungszeichen Hälfte. Ripp'n'Plaza Tag. Tag. Spots. Höh? Musst wir einfach nur Punkte drauf machen, oder was? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich glaube schon. Ich weiß das nicht, aber ich weiß es nicht. Einfach nur... Ja. Okay. Das zählt nicht. Oder können wir hier mal weitermachen? Hahey! wir müssen wirklich nur irgendwie berühren egal wie viele punkte wieder daran machen einfach nur berühren ach, schade. Wollen wir von oben anfangen? hier den gelben ok, da weiß ich auf jeden fall wie ich da dran gehen kann es sind glaube ich nur zwei die fehlen, ja? dann haben wir erst den blauen da hinten und dann den gelben in der mitte und dann kümmern wir uns jetzt nochmal um den blauen ganz hinten nice war aber knapp dass wir gerade irgendwie so rausfliegen oder so aber das wäre dann auch schon mal geschafft dann haben wir jetzt bogen grind bogen grinden und flip trick am ende was für ein bogen ah ok ja das hört sich doch einfach an ne? geht brauchen wir uns nicht nochmal anzugucken war sehr unspektakulär ja nächste aufgabe dreifach ledge gasse 500 punkte grind durch die gasse das ist jetzt die von eben nochmal das wäre ja voll blöd ne ist was anderes können wir uns wahrscheinlich irgendwas aussuchen wir nehmen die auf der linken seite oder auch nicht wir haben auch nur eine minute zeit wirklich hässlich ich will das gar nicht sehen 8 von 10 8 von 10 9 von 10 was haben wir da plaza terrassen gap 360 gras gap zur plaza 360 das sollte man eigentlich auch hinkriegen ach das war sogar ein 540 aber schön gelandet muss man dazu sagen so jetzt kommt so jetzt kommt the hard stuff das will wir wahrscheinlich wieder 5 minuten für Zeit haben oder noch mehr bandtricks oder bandtricks ich wollte mir das hier immer angucken 500 punkte trick macht einen 540 nose grab auf dem mittleren band ah bandtricks das ist doch band transfer zum linken band wir probieren es einfach gucken was da raus kommt